Ich mein, wo ich das Totem zum Alle Töten und Morin tatsächlich hinbekommen hab und die haben's gefeiert. Das hat mich etwas überrascht. Wenn dir viele Leute auf einmal schreiben, well played, weißt du, dann fühlst du dich ein bisschen verarscht am Anfang. Aber anscheinend haben die das ernst gemeint. Ich hab einmal das Pira Mori mitgenommen und hab alle gekillt und dann haben sie nur geschrieben, I hate you. Ja guck, bei Mori schreiben sie mir das auch immer, da kommt immer nur so, dude, why? Aber wenn du das mit dem Totem machst, dann sind die irgendwie relaxed dabei. Ja, da muss man ja nicht immer noch irgendwas können. Ja, mit Billy ist es halt schön, da kannst du halt vertanen, dass du einen One-Hit hast. Ninja, why? Ach, Kali! Nein! Warum ich? Das ist doch nicht. Oh Gott, Alter, hab ich grad'n Schrecken gekriegt, Alter. Oh Gott, Alter, hab ich grad'n Schrecken gekriegt, Alter. Oh, er ist... Oh, nein! Oh Gott! Wee, zum Geier! Wie ist Kali hinterher? Oh, ich kann mich hier wieder selbst halten, ey! Ich bin ja voll, voll der Hero hier! Ich kann nur schneller! Aua! Ich mag das, ey! Ich mag das, ey! Ich hab' alle hier in der Hänger. Ja, ja! Ich fand da immer Leute drin. Und der hat mich eigentlich geblendet von wo. Ich? Echt? Ich hab'n Cracker geschmissen, ey! Ach so! Ich hab's blitzen sehen, aber ich hab' nix gehört. Ich fand die echt nah dran. Fallen die auch, die Cracker? Oder heißen die noch weg? Ja, geh'n langsam über die... Also, näher, ey! Mit dem muss ich noch mal ein bisschen arbeiten. Ich bin da zurückgegangen! Boah, Alter! Üben wir noch mal! Oh! 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 Üben wir noch mal! Üben wir noch mal! Hey! La 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 la! Es ist aber schön, dass du alle Paletten verkaufst! Ne! Üben wir noch mal! Warte! Drei! Au! Ist nicht okay! Ich hasse es! Oh! Kopfhörer! Kabel! Hält mir andaurichts Ohr! Ah! Ausm Ohr! Was? Ausm Ohr! Interessanter Kopfhörerkasel! Muss man dir lassen! Ähm! Hi! Hi! Ähm! 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 Jesus! Ähm! 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 Au! Was kamst du her? Oh! Hi! Hallo! Wir werden immer mehr und werden nicht gelassen zum Abschlachten! Wie immer halt! Wie immer! Ist immer! Leave white behind! As always! Genau! Ist der neue Perk! Only one left behind! Ja! Only white left behind! Er kann da sein Techtelmächtel mitm Killer ausführen, du! Ich warte eigentlich nur auf einen gegebenen Zeitpunkt! Wird so so... White Strikes Back! Ja! Wirklich! Oh Gott! Hier ist irgendwo jemand! Ups! Ups! Ja! Äh! What! Ich hab den nicht ges- What! Nie von unser Ding gesehen! Das war ein schöner Killer bleibt! Muss ich dazu gehen! Alter! Wir müssen den Mikkel nicht blinden! Warum kann man den nicht blinden? Wegen der Matzke oder Matzke oder was? Wegen der Matzke genau! Wegen der Matzke genau! Oh! At least I stun you! Biatch! Oh 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 oh! Ich renne mein Leben! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Warum ist hier kein... Ziemich verraten, warum ist hier kein Generator? Da steht nicht immer ein Generator! Wo bist du hier? Dubai! Ich will doch nur ein bisschen Pixi-Pixi-Kuschel! Pixi-Pixi-Kuschel! So ein bisschen BDSM hat noch keinem geschenkt! Vielleicht warte ich hier an einem möglichen Ort auf dich! Hast du das gesehen?! Ja! Und deswegen dachte ich so, okay Bara mach nur weiter, mach nur weiter, aber nein! Au! Hör dich! Hier endlich mal Level 2, damit man wenigstens einen Terror haben muss! Nein, 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 nein! Shit! Alter, das eine Schwein wedelt! Was, das Schwein wedelt?! Oh Gott, ja! Guck dir das mal an! Oh mein Gott! Ich will das wedelnde Schwein aussehen! Guck dir das mal an da um! Ein wedelnde Schwein! Ich will das wenigstens auch sehen! Wui! Das Spaß! Ich glaub da ist der Mikkel gegengekommt! Wo ist denn das? Wo ist denn das? Es kann doch sein, dass der Mikkel da gängig ist! Irgendjemand ist da irgendwie dagegen? Ja, das ist bestimmt... Ja, hilf! Da ist es doch! Da! 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 Hier! Bist du dagegen gelaufen hier? Wo? Wo? Lauf mal dagegen! Lauf mal dagegen! Hier, hier oben! Lauf dann dagegen! Wir sollen dagegen drüber gesprungen sein! Hey, hier ist doch normalerweise das Palette! Also ich bin nur das über die Palette drüber gehört! Ja, dann hast du das Schwein mitgenommen! Oh ja! Au! Oh, ich wurde... Ich lag in die Runde und treffe dich! Das siehst du! Ja, also... Schicksal! Ja! Gezeichnet! Nein! So! Das ist nicht okay! Ja... Da bin ich grad... Ohne... 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 Ne... Also das ist richtig... Das hätte ich aber jetzt gar nicht gedacht... Aaaaauw! ...Mningarface! Kali? Kali? Ja? Kali? Hi! schon längst gelötet jetzt das ist ein Totem was ein Totem? ne so ein passives achso meinst das Ding hier ja du weißt dass sie genau nebendran ist ne? hm unglaublich ja ich glaub sie ist gerade mit Vara beschäftigt eines bin ich oh Tiny hi Tiny na alles fehlt ja alles fehlt im Schritt wäre doch cool wenn man sie so in diesen Autos verstecken könnte warte mal macht ihr Kinder das war grad wipzig aber eigentlich will ich Tiny trotzdem töten ne wir kennen uns doch gar nicht wow das war nicht Tiny warum bleibst du denn einfach stehen ich wollte mich verstecken hat nicht geklappt ausgesprochen oder irgendwas an den Rand ja ist doch ok hätte ja funktionieren können ähm wer auch sagt hallo hallo hii sorry Tobi ich kann ich grad nicht retten ich wurde verjagt ja siehste kämpf mich kämpfer hey hier sind hier sind feuerkapper in der kämpf hier ist ein kippo renn wach 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 war der ist bisher auf dich allein gestellt die wird mich hier niemals finden oh shit die sind hinter mir her ist noch viel schlimmer Nein! Ah, das ist der Firecracker. It's the Firecracker. Hey, das war ein großartiger Skillcheck. Ja, großartig war der. Super. Ja, der war in der weißen Zone und hat dich trotzdem gehauen. Hat ihm ordentlich wehgetan. Ach, ich muss ja gar nicht sorgen. Sarah, bist du eigentlich immer noch verfolgt? Ja. Sagte sie und Michael Meier starten. Das Schöne ist halt, sie lässt mich gerade alle Sachen der Map zerstören. Nein! Cardi, aus! Meins! Oh, du, dein anderes Tor! Ich bin aufweg zum anderen Tor. Nein! Cardi, aus! Niemals! Das ist mein Tor! Kann ich wahr? Ich hör dich, aber ich bin vor dir. Alter, du hast rechtzeitig geschafft. Seh, du hast das Tor aufgeben. Oh, voll Platz! Boah! Warte mal, warst du gedingst? Sie hat nöt, 100%! Ja! So, hier kommt Dara, sie an der Hälfte. Wir gehen! Carli wird jetzt aufgehangen! Wie gemein! Wie toll finde ich, dass Bara sich einfach verpisst? Ach, da ist ein Haken! Nein! Okay, pass mal ab. Oh Gott! Doch, häng sie auf! Töte sie! Nein! Häng sie auf! Sie ist mein, sie ist selbst der beste Verlager, das geht doch nicht! Was ist denn? Ah! Ich geh raus! Tschüss! Bleib stehen! Bleib stehen! Nein, ich bleib mich stehen! Doch, sie ist in der Richtung gelaufen! Bleib stehen! Ich bleib mich stehen! Ich vertraue dich! Bleib stehen, Kali! Nein, 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 nein! Kali! Kali! Damit du jetzt rausrennst! Doch! Nein! Doch! Guck mal, Tiny kommt auch! Tiny nimmt natürlich wieder die Hedge, weißt du? Oh, soll ich wissen, wo die fucking Hedge ist? Wir suchen heute, ob die Hedge denn ein Hedge-Game wäre? Lust? Lust auf Hedge-Game? Weißt du, wo die Hedge ist? Ja. Wo? Sag nicht bei uns hier, ich hab keinen Terror-Radius über den, den ich voran kann. Da ist sie! Du rechts! Du rechts! Oder links! Sorry, ich hab natürlich auch rechts-links Schwäche. Ja, Hedge-Game, ja oder nein? Hey, Martian! Hallo, hier! Hier! Hinter dir! Zurück! Rechts! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Weg vom Schweinebarm! Genau! Ja, ja, hier, stopp! Umdrehen! Umdrehen! Dreh nicht! Warte mal! Bleib mal stehen! Hier! Ah, da! Da geht's! Gut, bereit? Jo! Nein! Tja! Und da ist ein Haken! Wird es irgendwie einfacher? Boah, das wär gemein! Ja, aber eigentlich geht das Hedge-Game so, ne? Eigentlich. Oh! Ich bin ein Haken-Tunke! Hm! Halt doch mich nicht greifen! Halleluja! Halt doch mal! Ich bin ein Haken-Tunke! Und da ist ein Haken-Tunke!